einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einer neuen gameplay review diesmal minimum ich bin mal sehr gespannt ich kenne es gar nicht habe mir auch gar nichts großartiger zuvor durchgelesen oder sonst irgendwie dergleichen und mal wieder alles in englisch so ich habe ja gar kein account müssen wir jetzt erst mal create new account machen so name passwort nehmen wir auch ins überblenden e-mail-adresse nehmen wir oder die geburtstag 05 ne quatsch ist ja englisch also erst monat 04 05 1981 und weder kohnt passwort muss hier das wort 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Gucken wir mal, ob dat klappt. Ich habe eine Idee. Ich setze da einfach mal einen großen Buchstaben rein. Okay. Na, geht doch. Ist alles Englisch. Ich verstehe gar nicht, was die von mir wollen. Da haben wir jetzt... Oh, Odinase. Wieso steht da Odinase? Hat er das von Steam jetzt übernommen? Ich sehe nicht durch. Können wir das vielleicht einstellen? So, Master Volume. Setzen wir mal kurzzeitig was runter. Auf 70. Müsste eigentlich passen. Ich habe extra getestet und so. Aber ich setze trotzdem mal sicherheitshalber was runter. Da muss ich aber jetzt mein Headset mal leer machen. Runterdrehen, weil das ist mir jetzt gerade etwas zu laut. Aber laut meiner Anzeige ist das Spiel leiser als ich. Aber ich werde trotzdem sicherheitshalber nochmal auf 50 runter regeln. Achso, Quatsch. Nicht gefoult. So, 50. Die wird ja nicht leiser. Aber jetzt wird es leiser in meinem Aufnahmeprogramm. Oh, nicht schlecht. Aber 40. Ja, bei 40 müsste ich trotzdem noch schön laut sein, ja. Ich hoffe, das klappt alles so. Weil in der Aufnahme an sich, wo ich die erste Aufnahme jetzt gemacht habe, vom Menü, war ich gut zu verstehen. Controls. Ich hoffe, das geht mit Maus. Ja, Maus, gut. Ach, du Scheiße. Mit weh ist die auch noch? Äh, weil... Oh, mit Maus geht auch. Weh ist die Maus, links, rechts, rechts. Oh, gut. Okay. So, was haben wir hier? User Gear, können wir jetzt sagen. So, dann haben wir hier noch irgendeinen Knopf. Free. Ach so, das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Fire Weapon. Okay. Ich hoffe, das geht auch so. Okay, das scheint wohl... ...dötchen drin zu sein. ...dötchen wir hier noch. Ach so, da ist auch schon fest. Hoppala. Nee, wollen wir da gar nicht. Wir wollen... ...die Taste. Dann ist der Escape. ...dötchen drin zu sein. Kann noch nicht sein. Tschöne. ...dötchen drin zu sein. ...dötchen drin zu sein. ...dötchen drin zu sein. Sex auf die Maus. Da ist der Packbil bescheuert. Mal, wenn's hier auch auf M fertig ist. Mal, ich mach' die Fault einfach. Yes. Eui, 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 eui. Ach du Scheiße. ich sehe da sowieso nicht durch es gibt ich werde die Kälte kommen ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aus Roten kriegt man Steine für Rüstung und aus denen kriegt man Steine für Waffen. Und Upgrades für Waffen. Ah, jetzt legt er langsam durch. Und was kriegt man den? Außer Rüstung kriegt man? Nichts. Nur Rüstung. Ist scheiße, dass das alles in Englisch ist. Ich sehe, so gut wie, ja nicht durch. Spawn, okay. Irgendwann mit Spawn. Schon wieder Roboter. Ich kann doch mit den Pfeiltasten leichten. So, der ist meiner, oder was? E drücken. 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 Ups Okay, ich habe mich selber getötet Okay, ich habe mich selber getötet Ach so Ah, jetzt sehe ich langsam durch Durch die Dadurch, dass ich das jetzt hier gemacht habe Habe ich den aufgehalten Also habe ich die Mauer hochgemacht Okay 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 Ach so, dann ist er zu Okay Kommt schon wieder in Okay Cool Und den Helm würde ich auch noch haben Oh, das ist ein bisschen Synthesizer Okay, das ist ein bisschen Okay, das ist ein bisschen Ach so, der hat den Weg jetzt frei und jetzt hat er den zerstört von dem anderen Team Okay 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 Langsam wird es mit dem durchsehen Okay, da ist ein bisschen Okay, okay Okay, dann kann ich dasext Okay, dann können wir es mit der gleiche Hmm. Ui. Wo bin ich denn hier? Da. Erstmal verstecken. Ähm. Auf jeden Fall Brustpanzer. Hosen. Nicht W. M. Und. Das nochmal ohne. Oh. Ich bin gekillt. So, das ist jetzt gegeneinander oder was? Okay. Das ist jetzt Shooter. Obwohl ich bei Shootern so klasse bin. Oh. 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 Freunde. Jetzt ladet es und ladet und ladet und nichts passiert. Ich glaube, ich habe es gerade mit dem Drücken etwas übertrieben. Oder mein Laptop ist heiß gelaufen. Eins vom Beden. Komme ich in Steam? Ich komme auch nicht in Steam. Nein! Ach, Kruzifix und Türk, nur eins hier. Ladet der auch noch oder ladet dann nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann es vergessen. Ich glaube, ich kann es vergessen. Ich komme auch nicht weg. Ja, hallo? Ich glaube, muss ich Taskmanager machen. Taskmanager. So. Dann kann ich nämlich sagen, Minions beenden. Beenden. So, jetzt habt ihr kurzzeitig einen schwarzen Bildschirm im Augenblick. Ich starte sofort wieder neu. Also, er startet schon. Also, ich sehe schon dieses Minimum-Bild, aber ihr seht noch nichts. Ich hoffe, jetzt seht ihr gleich was. Jetzt seht ihr was. So. Ich werde jetzt noch mal versuchen. Okay. Dieses hier zu machen. Oh, scheiß Ding. Ja, Mensch. Ey, ich hasse es. Vier Player. Ich nehme lieber nochmal Titan. Yes. Ich will doch gar nicht online spielen. Ich will doch eigentlich nur alleine spielen. Kann ich hier nicht alleine? Muss ich hier? Muss ich hier irgendwie mit... Was ist denn hier für ein Update hier? Leck mich doch am Arsch hier. Mit der scheiß Steam-Kacke, ey. Weiß schon, warum ich an der Konsole lieber zocke, ey. Nichts mit... Ja, ich weiß. Nichts mit irgendwelchen Accounts zusetzt, die oder so, da kann ich einfach nur zocken und fertig ist. So, hier kann ich durch. Kann ich das kaputt machen? Kann ich nicht kaputt machen. Aber ich kann hier durch. Das ist okay, ne? Also kann ich jetzt hier durch. Das ist meins. Da drüben ist böse. Da ist meiner. Hier ist auch meine Quelle. Die ich beschützen muss. Okay. Jute Sache. Ja. Okay. Okay. Hier. Zicke. Okay. Oh. Cool. Jetzt nehmen wir mal einen Scharfschutzniebeherr. Okay, gut. So. Bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen? Ja. Okay. Okay. Ich drücke erstmal M. Ich grue mir erstmal einen Schutz. Und zwar einen Helm. Ne, erstmal den Brustpanzer. Der sieht besser aus. Und dann hole ich mir noch die Hose dazu. Die Hose ist es. Oh, ich habe gar nicht mehr genug, oder was? Ach, nein. Ach, nein. Ok Zeitlimit Jo Das soll es aber erstmal gewesen sein Würde ich sagen Und Ich wege mal so meine Bewertung ab Und wie ich es finde Also für mich ist es nichts So mal zwischendurch ja Aber auf Dauer wäre mir das nichts Weil ich habe am PC nicht so viele Freunde Wie halt auf der Playstation Und ich finde das mit der Grafik Finde ich gar nicht mal so schlecht Dass es da so in diesem Minecraft-Stil mäßig Da so ein bisschen versuchen sich rinzufuchsen Ja Für die Leute die es gefällt Soll es okay sein Meins ist es nicht Ist ein Shooter Ist nicht mein Ding Ja aber für die Leute die jetzt zum Beispiel Minecraft suchten und sagen Ach ich könnte jetzt so in der Art auch gerne mal Ein Shooter Für die mag es was sein Für mich auf jeden Fall Aber Konzept finde ich ist an sich gut umgesetzt Und ich denke mal schon Dass so eine Art Spiel Seine Fans hat Oder finden wird Für mich ist es ehrlich gesagt gar nichts So zwischendurch mal Mit einem Onkel vielleicht Oder äh Keine Ahnung mal zwischendurch so ein bisschen Aber auf Dauer wäre das definitiv Nichts für mich So das soll es auch erstmal gewesen sein Wir wollten ja nur kurz mal Rennkiken Wie es ist Bis dahin verabschiede ich mich Ahoi Sagt euer Odin Sagt euer Odin